So, Schacht öffnen, kommen wir bestimmt irgendwo rein, oder? Oder auch nicht, so gibt es hier drin wenigstens noch was zum Lupen, ne, hier oben, ja, zack, heilen, ja, oder halt, Taste auf Tastatur, Maus, kann ja egal, kann man ja egal, auf welcher Tastatur ausstellen. Ich lasse es an. Aufzug! Also schön, Datein, wo ist diese Konsole? Oh. Das war's für heute. So, glaub mir, der Punkt kommt noch, da wirst du es ausstellen. Hatte da so ein Knacker. Da war einfach sechs Punkte, an denen ich rhythmisch drücken musste. Und wird ja bestimmt noch mehr und schlimmer. Oh, Junge, 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 Junge. Ja, egal, ich mach weiter. Behalte das. Ich sag's euch. Ich mach das weiter. Oh nein, das Ding hat einen Alarm. Ach, die Datei ist bloß ein Squatchka-Rezept. Wurde ich reingelegt? Na schön, es soll sich ja lohnen. Oh, stark. Zwei, äh, zwölfteile Crew, ein Teil Spop. Mhm, 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 mhm. Stark. Oh, die ist verschlüsselt. Äh, bam, bam, bam. Okay, bam, bam, bam. Dann... Bam, bam, bam. Okay, erst... Wenn du anlässt und durchziehst, bist du... Bisschen... Okay. Wenn ich anlasse und durchziehe, bin ich krass. Und du... Ähm... Ach, keine Ahnung. Was macht die da? Hä? Was hab ich gemacht? Oh. Und dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Scharr. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Korak zu stürzen. Wenn ich einen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tislag. Also gut, Teslak, ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Durchstoß verpassen soll, will ich die Person kennenlernen, die mir das Messerein... Natürlich, Gouverneur. Und der Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Ey, ich bin am Klinken gewesen. Das zählt nicht. Oh, wo sind wir da nur reingeraten, Kumpel? Oh, die haben den Aufzug gesperrt. Okay. Okay. Da, da, äh, da, 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 da. Na gut, äh, okay. Dann heißt es wohl klettern. Äh. Ah, hochklettern. Oh! Oh! Keine Angst, nix. Der, äh, nächste Auftrag wird besser. Ah! 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 Oh, man! Ah! 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 Wir looten. Ich habe das Gefühl, die Leute verarschen uns ja alle. Das ist unser Fahrzeug, Luftzeug. Das ist unser Fahrzeug. Warte mal. Wo muss ich hin? Ah. Mein Gott. Das erkennt man so schlecht. Einfach. Oder kann ich hier hoch? Einmal hier runter, oder? Ich glaube, wir sind in Sicherheit nix. Wahnsinn, dass das geklappt hat. Baka, wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß, ich weiß. Du bist weg von Toshara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Äh, vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Ey! Ich glaube mal, da wird richtig verarscht und gezinkt. Überleg dir gut, wem du vertraust und wem nicht. Das hört sich so an, als ob du schon mehr weißt. Goraks Lieblings-Botschka-Rezept. Habe ich den Test seines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist die Lehre. Von Crimson Dawn. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff. Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Ich, ähm... Hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Sarek Besch hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Sarek Besch? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Die hat mich in der Hand, ne? Was mache ich? Was hast du genommen? Adrian, was hast du genommen? Du hast bestimmt erzählt. Ja, ich erzähle. Ich erzähle. Ah, schlecken. Du hast die... Oh, du hast die... Ja, ich erzähle. Ihr wollt was ändern? Einer von Gorax Leuten will ihn verraten. Ein hohes Tier bei den Pikes. Tislak Shah. Wirklich? Ah, sieh mal einer an. Wie du mitspielst. Du lernst schnell. Hier. Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch, am Leben zu bleiben. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Oh, wichtig. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Bacca, ich hab die Einspritzventile. Seien Sie verschwenden. Wichtig. Klümpfen dauernd. Gut. Ich rede mit Danker. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen. Zum Laufen. Ja, eigentlich als hart. Tschüss. Musik